Hallo und herzlich willkommen meine lieben Aktienfreunde. Schon wieder ein Monat vorbei. Update zum Stadterdepot. Und da gibt es eine ganz interessante Frage, ob wir Apple verkaufen sollen. Komme ich gleich noch drauf. Mein Name ist Thorsten Tiet. Hier geht es ums langfristige Investieren in Aktien, um von langfristig steigenden Kursen und Dividenden zu profitieren. Unter anderem machen wir das mit dem Stadterdepot. Zum Anfassen hat es schon einen Marktwert von über 8.000 Euro und davon gut 10% Kursgewinner. Gucken wir uns aber zuerst mal so an, was passiert ist in den letzten Tagen, Wochen. Denn es ist ja immer ein Unterschied von einem Monat, bis ich ein neues Video mache. Interessant beispielsweise, was in den USA passiert ist mit der amerikanischen Notenbank FED, die ja das Inflationsziel jetzt erstmal begraben. Das heißt, es ist auch schon mal okay, wenn die Inflation über 2% gehen sollte. Das ist deshalb interessant, weil es im Prinzip Freiraum schafft, die Folgen des Gelddruckens einfach mal weiterlaufen zu lassen. Das heißt, wenn man viel Geld druckt, um die Wirtschaft in Gang zu halten, dann hat es ja tendenziell inflationäre Tendenzen. Wir sehen das ja teilweise, wenn es die Häuserpreise angeht, nicht unbedingt oder noch nicht bei den Gütern des täglichen Bedarfs. Das heißt, wir sollten uns, falls wir es nicht schon getan haben, an den Nullzins gewöhnen. So wie es ja in Japan seit Jahrzehnten der Fall ist. Apropos Japan, das sind die anderen vielleicht Big News gewesen. Nicht nur, dass Warren Buffett 90-jährigen Geburtstag gefeiert hat, er hat sich auch in die 5 großen Handelsgesellschaften in Japan eingekauft. Die haben wir dann auch gleich in den Aktienfinder aufgenommen, sofern sie nicht drinnen waren. Hier siehst du Warren Big in Japan, seine persönliche Asien-Offensive oder bei Yorkshire Hathaway's Asien-Offensive. Wir haben eine eigene Asien-Offensive, die haben wir schon ein paar Tage vorher ins Leben gerufen. Das heißt, im Aktienfinder gehen wir hin, ich bin der Betreiber des Aktienfinders und tun jetzt vermehrt Aktien aus Südostasien aufnehmen, die auch interessant sind. China, wie die Sonderwirtschaftszone Hongkong, Shanghai, Japan und Südkorea insbesondere. Genau, und was noch passiert ist, interessant war, denke ich, das von Tradegate, die so die anderen Programme ein bisschen überrumpelt haben, denn auch Tradegate bietet jetzt Aktiensparpläne an und das liest sich auf dem Papier erst mal ganz gut. Das heißt, da ist die Mindestanlage, wir trägt da nur 10 Euro, jetzt bei der Konsorsbank sind es 25 Euro und die haben 1000 deutsche und internationale Aktiensparpläne fähig gemacht und das Ganze soll sogar kostenlos vonstatten gehen. Das heißt, hier kostenlos, ich zeige dir mal kurz Portfolio Performance und das sollte ich jetzt die richtige, ja, hier ist es glaube ich schon, ich tue das mal in deinen Sichtbereich hier reinschieben und das hier sind die Ausgaben pro Sparplan, Ausführung fallen hier 37 Cent an und wenn man das jetzt erst mal so liest, dann könnte man glauben, dass wenn man das Ganze bei Trade Republic macht, dass dann diese 37 Cent nicht mehr anfallen. Interessant wird natürlich die Spreads sein. Wir erinnern uns, bei der Konsorsbank ist es ja so gewesen, bis in den Februar diesen Jahres, dass die Orderausführung bei München ging, zu Zeiten, in denen die Börsen noch geschlossen hatte, das war hier mit europäischer Zeit irgendwas zwischen 8 und 9 Uhr, hat zu relativ hohen Spreads geführt und hat diese Konsorsbank dankenswerterweise umgestellt und es hat sich ja jetzt deutlich gebessert. Da muss man erst mal gucken, wie das bei den Kollegen von Trade Republic der Fall ist. Wir lassen das Stadler Depot jetzt erst mal bei der Konsorsbank laufen. Ich bin da eher einer so ein bisschen von der ruhigeren Sorte, das heißt, Aktien kaufen und verkaufen, das mache ich wenig spontan, das ist eher überlegt und langsam und das Gleiche gilt hier für einen theoretischen Umzug zu einem anderen Proger hin. Das ist für mich ja auch dann mit einem gewissen Aufwand verbunden und ich sehe auch immer so, dass es natürlich gut ist, wenn man Geld sparen kann, aber die entscheidenden Fragen sind natürlich, dass wir in die richtigen Aktien investieren und dass wir keinen Blödsinn machen, indem wir uns eben zu unüberlegten Aktionen hinreißen lassen, die eine Aktie kaufen und verkaufen, solche Geschichten. Und das hier ist eher nice to have oder nice not to have, wenn wir uns jetzt mal Gebühren angucken. Wir werden das Ganze aber dann selbstverständlich weiter beobachten und wenn ihr irgendwelche Erfahrungen schon gemacht habt, dann könnt ihr die gerne posten, wie zum Beispiel in die Aktienfinder-Facebook-Community oder auch hier, wo es sonst noch so gepostet werden kann bei uns. Gut, was noch? Aprobo 1000 Aktien, also Trade Republic hat jetzt 1000 Aktien sparplanfähig und die Zahl sagt mir nämlich auch was. Wir haben nämlich hier fast 1000 Aktien im Verzeichnis und der Finanz-Community, das sind also alles die Aktienanalysen, die für dich frei zugänglich sind. Hier siehst du fast 1000 und ich möchte es deshalb auch nochmal sagen, weil man kann jetzt diese Aktienanalysen auch alle bewerten. Das heißt, du kannst einfach, wenn du kostenlos Mitglied bist im Aktienfinder, also kostet nichts, dich zu registrieren, dann kannst du hier deine Stimme abgeben und die zählt dann auch und so hilfst du halt auch Qualität zu belohnen und bist dann auch ein bisschen mehr noch aktiver Teil der Finanz-Community. Das Verzeichnis kommt ganz gut an. 48 Autoren bzw. Webseiten, da sind teilweise auch mehrere Autoren dabei, haben da jetzt schon, oder wirken da jetzt schon mit und ich bin zuversichtlich, dass das Ganze weiter schon gut läuft. Also es bietet definitiv einen großen Mehrwert. Ja, jetzt rede ich aber die ganze Zeit über irgendwas, nur nicht über das Starter-Depot. Oh, man mag es mir verzeihen. Dann denke ich, berichtigen wir mal das. Hier sind wir im Starter-Depot. Gucken wir erstmal an, wie das Ganze so performt hat. Also wir haben jetzt über 8.000 Euro Marktwert schon im Starter-Depot. Das ist der Marktwert von den Positionen. Wir haben noch so ungefähr 400 Euro auf der hohen Kante nochmal zum Nachkaufen, weil wir in den ersten Monaten nicht sofort alles investiert hatten von den 500 Euro, weil wir ja noch nicht alle 20 Aktien-Sparpläne beisammen hatten. Wie gesagt, immer ein bisschen Zeit lassen und eher ein Schritt zu bedächtig als ein Schritt zu hektisch. Kursgewinn, 820 Euro fast, also über 10%, 11% und bemerkenswert. Der Dollar, der hat ja momentan eine kleine Schwächephase und das hat uns hier 350 Euro bisher an Performance gekostet, weil wir ja viele Aktien aus den USA haben. Dann sind die eben in Euro umgerechnet weniger wert. Das heißt, wir hätten eigentlich, wenn der Dollar stabil geblieben wäre, zum Euro nicht 800 Euro Kursgewinn, sondern 1.150 Euro Kursgewinn und entsprechend dann mehr als 11% Rendite. Zu den Kursgewinnen kommen hier auch nochmal Dividenden hinzu. Das ist ja der Brudobetrag. Das wäre dann auch nochmal ein gutes Prozent obendrauf. Läuft also, wie du siehst, ganz ordentlich. Wenn ich sage, ganz ordentlich, was heißt das hier im Vergleich zu den diversen Benchmarks. Da habe ich hier Portfolio Performance. Muss ich vorhin nochmal nachpflegen. Da hat es mir irgendwie das XML zerfetzt. Also ein super Programm. Aber ich glaube, das war wegen meinem OneDrive, weil ich es in der Cloud habe. Und da gab es wohl ein kleines Synchronisationsproblem. Gut, ich habe es aber behoben. Dann gucken wir uns mal hier die Performance an. vom Anfang an, also vom 1.7. Da haben wir dann die erste Sparplanausführung gehabt. Und ja, sieht also ganz interessant aus. Tut sich eigentlich nichts Neues. Wir haben hier die Trennung der Spreu vom Weizen während des Corona-Crash. So lange lief das eigentlich alles relativ einheitlich zu den Benchmarks. Und dann haben wir halt weniger verloren, weil wir in Summe weniger in konjunktursensible, in zyklische Unternehmen gesteckt haben. Weil wir auch schon absichtlich relativ, sage ich jetzt mal, tech-lastig gewesen sind. Und im Prinzip profitieren wir davon bis heute. Einen Einmalkauf haben wir noch gemacht, der, wie sich im Nachhinein festgestellt hat, Mitte März relativ gut getimt war. Und so haben wir trotz der Gebühren, die wir bezahlen, also diese 37 Cent pro Sparplan Ausführung für 25 Euro. Immer noch einen schönen Vorsprung in der Performance zu den Benchmarks. Und zwar hier der Luxor MSCI World ist wohl der ernsteste Benchmark mit 8,2% zugelegt und das Startup Depot um knapp 16%, also 8% voraus. Da fällt mir gerade ein, kriege ich das jetzt zu hin, Benchmark hinzufügen. Jemand hat mal gefragt gehabt, wie das Startup Depot im Vergleich zum S&P 500 abschneidet. Das ist jetzt kein fairer Benchmark, weil der S&P 500, der wird in Dollar gemessen, das heißt, dem ist es egal, dass der Dollar weniger wert wird, während uns das ja Performance kostet, das habe ich ja gerade gezeigt. Das hat ein gutes Drittel an Performance gekostet. Das heißt, das ist nicht ganz fair, der Vergleich hier. Man sieht aber, da ist der S&P 500, der ist ein halbes Prozent mehr im Plus als das Startup Depot. Aber es ist nur nicht, es ist in mehreren Hinsichten eigentlich ein Äpfel-Bier-Vergleich, zum einen wegen den Währungen hier, also ich, und zum anderen, weil wir legen hier nicht ausschließlich in den USA an. Wir haben hier auch einen Teil Europa und sogar Asien. Lass uns das mal zeigen hier. Das Startup Depot nach Land und Region, hier siehst du das Ganze. Wir haben zwei Drittel Nordamerika, also USA ausschließlich, und dann sind wir ja aber auch noch in Asien, Europa, Eurozone und außerhalb der Eurozone investiert. Und der S&P 500, der deckt ja nur die USA ab. Insofern, also ein doppelter Äpfel-Bier-Vergleich irgendwo, wie ich finde. Aber ja, trotzdem vielleicht mal ganz interessant zu sehen. Hier ja die Nachbranche- und Klassifizierung und da siehst du eben, dass wir relativ technologielastig unterwegs sind mit 40% des Marktwerts mittlerweile. Das schiebt sich so langsam nach oben, während hier so Industrie zum Beispiel oder was noch, der zyklische Konsum, unzyklische sogar, der nicht-zyklische Konsum eher schwach läuft, die rote Laterne, die hat Diacho. Diacho, also ein britischer Hersteller und Vertreiber von Spirituosen. Die haben ja zwei Absatzkanäle. Der eine sind im Prinzip Supermärkte, das heißt, glaube ich, Off-Trade. Die unterscheidenen sind Off-Trade und On-Trade. Was jetzt was ist, ist erstmal egal. Jedenfalls der eine ist der klassische Absatzkanal über Supermärkte und so weiter, also Retail und der andere über Restaurants, Bars. Und der hat natürlich massive Probleme gehabt aufgrund des Lockdowns. Ich habe vorher noch extra nachgeschaut, in Nordamerika lief es gut, sogar im letzten Quartal, in allen anderen Teilen der Welt. Es sind die Absätze eingebrochen in Restaurants, Bars und so weiter. Und dann müssen wir mal gucken, wie es da weitergeht. Hier die rote Laterne, das sieht man dann bei den Positionen hier. Man kann hier sortieren, nach Gewinn und Verlust in Prozent. Und hier Diacho rote Laterne, Cisco Systems in Euro, aber wenn du hier mal guckst, die Cisco Systems hat halt die Hälfte des Wertverlusts sind eben Wechselkursverluste. Und das heißt, wenn man das quasi in Heimatwährung umrechnen würde, dann hätte Diacho die rote Laterne. Insgesamt aber sehr, sehr erfreulich. Also wir haben hier nur eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs Positionen, die in den Miesen sind. Wobei auch hier zum Beispiel Pepsi und 3M, die waren deutlich im Plus, wenn der Dollar nicht so schwächeln würde. Und die ganzen anderen Positionen, die sind im Plus und teilweise eben sehr, sehr deutlich mit sehr starkem Zugewinn. Und hier sehen wir Apple, mit 67% mittlerweile schon im Plus. Von daher auch die Frage, ob man da Gewinne mitnehmen soll. Ich zeige gleich mal noch Apple im Aktienfinder. Und hier haben wir auch Dividenden bekommen. Wir haben schon für die meisten Aktien mittlerweile Dividenden bekommen. Amazon hat noch nicht ausbezahlt. Die haben wir ja reingenommen, so als Ausnahme, weil wir gesagt haben, da wollen wir uns auch mal daran beteiligen, auch wenn die keine Dividende bezahlen. Wie du siehst, mit 56% im Plus hat sich, obwohl keine Dividende ausgeschüttet wurde, dennoch schon bezahlt gemacht. Und andere Aktien hier, die haben auch schon fleißig Dividenden bezahlt. Kommen wir dann ja auf diese 88 Euro. Ja, gehen wir doch hier mal zu Apple, würde ich sagen. Muss ich mich vielleicht erst mal anmelden. Das sind wir schon richtig hier. Und ja, die Frage, die gekommen ist, das siehst du hier auf dem Blog wachstumswerte.net und ist auch ganz interessant, man liest halt dann eine gewisse Einschätzung raus und zwar hier ist das wichtige Wort Hype, also ist die Einschätzung, dass die Technologieaktien halt überwertet sind, dass das jetzt ein Hype ist. und dann die zweite wichtige Info oder Annahme, da geht dann der Gerhard hier von den Dividenden aus und sagt sich eben, dass die Dividenden doch relativ niedrig sind. Er geht im Jahr 2031 in Rente und bis dahin soll dann Apple lauter Prognose, das kann ich dir auch noch zeigen, die im Aktienfinder im Dividenden Benchmark verfügbar ist, die Dividende steigern relativ bescheiden von 0,6 auf 1,13% und das ist doch sehr, sehr mickrig für eine Dividenden Aktie, also wenn man auf Dividenden quasi Wert legt, von daher die Frage, ob man sich verkaufen soll, dann wird hier noch Tencent dargestellt und bis zum Jahr 2031 dann knapp 3% Dividende, das heißt, da würde dann schon ordentlicher Cashflow anfallen mit 3%, deutlich mehr als 1,13% Hier haben wir das Starterdepot jetzt mal im Aktienfinder und da siehst du dann auch hier die entsprechenden Positionen, ich mache das Ganze nochmal ein bisschen größer, sodass du gleich alles auf einmal siehst und hier siehst du auch die Kursentwicklung und schon auf ein Jahr bezogen, da lag ja der Corona Crash dazwischen, das ist übrigens immer in Heimatwährung hier, die Kursgewinne und da siehst du trotz des Corona Crashs, also laufen die Aktienmärkte bzw. Leuchterstatterdepot sehr, sehr gut, wir haben nur 1, 2, 3, 4, 5 Aktien, die momentan im Minus sind, auf ein Jahr bezogen, auf 6 Monate sind es sogar nur noch 2 und hier wieder ein bisschen mehr, aber in Summe sehr viel Grün, sehr wenig Rot und wenn wir uns jetzt mal Apple rauspicken hier und dann mal in die Bewertung gehen, das siehst du ja auch den Kursverlauf, das machen wir mal alles weg hier, das brauchen wir nicht, aber ich denke, was der Gerhard meinte, man sieht es hier, also Apple hat schon ganz schön zugelegt, zu mir mal noch ein bisschen rein, noch im Corona-Crash 57, ist natürlich gesplittet schon, Stocksplits waren ja auch, Tesla und Apple und jetzt 131 Dollar, also ist schon ganz schön ordentlich, gehen wir mal von hier nach da, dann haben wir hier einen Kursgewinn von 150% innerhalb einer relativ kurzen Zeitspanne, innerhalb von gleicht etwas über einem Jahr, also 14 Monate 150% zugelegt, da kann man sich natürlich schon die Frage stellen, ob man Gewinne mitnehmen möchte, ich tendiere dazu, ich sage es gleich, es einfach weiter zu laufen, weiter laufen zu lassen, weil keiner weiß, wie es weiter geht, das weiß man sowieso nicht, aber ich teile nicht ganz die Einschätzung von dem Hype, das heißt ja immer, das ist ja quasi ein Synonym, ist ja Blase, das heißt, hier ist irgendwas kürzlich, das aufgebauscht wird und ich sehe jetzt diesen mega existierenden Megatrend der Digitalisierung, den man hier wieder runterbrechen könnte in Kommunikation, AI, also Kommunikation, da wäre dann zum Beispiel wieder Zoom, also Zoom hat ja auch stark zugelegt, hier unser Insta-Post zu Zoom, das ist ja quasi Digitalisierung, Tesla ist ja auch Digitalisierung, dass das Auto quasi von alleine fährt, ohne Autofahrer, wenn du so willst, dass neue Funktionen freigeschaltet werden, über WLAN, das ist alles ein Megatrend oder Gamification, könnte auch ein Megatrend sein, wir sitzen jetzt mehr zu Hause, weil wir uns nicht anstecken wollen und zocken mehr, also der Bereich Digitalisierung, der lässt sich nochmal unterteilen in unterschiedliche Megatrends und Apple ist da natürlich mit dabei, jetzt sage ich nicht, dass die Aktie günstig ist und das nicht wieder stark korrigieren kann, aber es ist aus meiner Sicht schon mehr als nur ein Hype, geht deshalb, man kann natürlich die Aktie verkaufen, wenn man will, aber auch nicht vergessen, dann fällt Kapitalertragsteuer ein, die ungefähr 26% mit dem Soli, gibt es den Soli noch, in meiner GmbH gibt es den noch, auf jeden Fall, Abgeltungssteuer fällt an und die musst du dann auch mal wieder erst rausholen und dann die andere Geschichte mit dem Dividendenbenchmark hier, gucken wir uns auch mal an und zwar haben wir den hier, das ist der Dividendenbenchmark und hier siehst du Apple, momentan die 0,61, wenn Gerhard in Rente geht, hier sind es jetzt 1,12% er meinte dann Tencent, die haben eine höhere Dynamik, was die Dividendenentwicklung angeht und da hat er ja vollkommen recht und hier dann eben die 2,87%, ich glaube das sind auch die Zahlen von Gerhard und dann entsprechend, wenn man das einfach noch weiter fortführt, haben wir dann noch eine höhere persönliche Dividendenrendite. Das ist natürlich auf der einen Seite wirklich interessant zu wissen und das kann auch die Anlageentscheidung beeinflussen. Auf der anderen Seite, wenn du dir mal die erzielten Renditen anschaust, dann kauft man eine Aktie wie Apple eigentlich weniger aufgrund der Dividendenrendite, weil die meiste Rendite halt einfach aus Kursgewinn kommt. Das siehst du hier sehr schön, du siehst nämlich kaum die Beiträge der Dividende zur Rendite, also Apple hat angefangen 2012 Dividende zu bezahlen und dann siehst du ja hier die jährlichen Renditen im Prinzip auch, das entspricht ja dann der Jahresrendite in Brutodividende und wenn du jetzt dann hier die jährlichen Kursgewinn aber noch einblendest, hier ab dem Jahr 2012 wurden Dividenden bezahlt, dann kannst du das kaum erkennen. So niedrig ist der Beitrag der Dividende zur Rendite. Insofern sollte man, meine ich, eine Kauf- oder Verkaufsentscheidung nicht von der Aktie wie Apple nicht von der Dividendenrendite abhängig machen. Was ich dir aber trotzdem noch zeigen kann, ist auch ganz interessant, übrigens ist jetzt der Umkehrschluss oder die andere Perspektive vom Dividendenbenchmark. Der Dividendenbenchmark, der führt in die Zukunft und wir haben noch eine andere Möglichkeit, die persönliche Dividendenrendite auszurechnen. Das ist übrigens auch ganz neu und weil es gerade reinpasst, möchte ich dir es mal zeigen. Hier sind wir ja bei Apple und machen wir mal die fairen Werte weg komplett und du kannst auch die persönliche Dividendenrendite ausrechnen, sogar etwas in die Zukunft. Wir haben übrigens auch noch ein Jahr Prognosen erhöht, das muss ich auch nochmal nebenbei erwähnen. Also wir haben jetzt Prognosen bis zum Jahr 2023. Vorher ging es nur bis zum Jahr 2022 im Fall von Apple, also ein Jahr mehr und du kannst jetzt hingehen und einen beliebigen Zeitpunkt auswählen. Wir haben gesagt, angefangen hat Apple irgendwo 2012 Dividenden zu bezahlen und dann kannst du mal schauen bis heute, wie sich deine persönliche Dividendenrendite entwickelt hätte, wenn du im Jahr 2012 Apple-Aktien gehendst, die Punkte geholt hättest, dann siehst, verbindest du die Punkte hier, das ist dann der simulierte Aktienkauf und dann wäre deine persönliche Dividendenrendite bei 3,2% das ist ja schon auch ganz ordentlich und du kannst das sogar noch in die Zukunft führen, jedenfalls bis hierhin und dann wäre deine Dividendenrendite schon bei 3,8% das gerade nur so nebenbei was so schön reingepasst hat und weil es auch ein neues Feature ist. Ah, mir juckt die Nase, kann es sein, dass ich gleich niesen muss. Ich versuche immer einen One-Take zu machen, um nicht schneiden zu müssen. Ah, okay, ich bin rumgekommen. So, äh, was noch? Ja, ich glaube im Prinzip war es das schon. Also eine andere interessante Frage war noch, ob wir, das kam auch hier, das will ich mal gucken, vom, hier, ob es ein Regelwerk gibt, um Aktien zu verkaufen, wenn diese kein dynamisches Dividendenwachstum mehr aufweisen. Nö, haben wir nicht, ne? Wir haben kein Regelwerk, wo wir so feste Punkte vergeben und wir klopfen das quasi jeden Monat ab und sagen so wie Leatherman-mäßig, wenn es jetzt unter so und so viele Punkte fällt, dann verkaufen wir die Aktien. Machen wir nicht. Wir kriegen es einfach mit, was schlecht läuft, was gut läuft und wir gucken das dann halt so anlassbezogen an, sage ich mal, so wie wir uns Cisco angeschaut haben. Das haben wir ja auch analysiert. Wo war es? Hier, bei den Aktienanalysen. Kannst du den auch mal angucken, wenn du möchtest. Hier ist Cisco und da haben wir uns das Ganze ja angeguckt. Ja, wir haben aber hier ein Scoring-System. Das bezieht sich ja auf unser dynamisches Dividendenwachstum beziehungsweise auf Dividendenwachstum allgemein und da siehst du, dass die Scores relativ hoch sind. Amazon hat Nullpunkte, weil sie keine Dividende bezahlen, aber das wissen wir ja und Adidas, die haben die Dividende jetzt erstmal aufgeschoben. Ich weiß gar nicht, ob die jetzt überhaupt noch Dividende bezahlen für das letzte Geschäftsjahr. Ich habe nachgeschaut, aber auch so auf die Schnelle auf ihrer Homepage nichts gefunden. Muss auch mal schauen. Ja, gut, das soll es dann gewesen sein. Also es läuft, es läuft weiter und ich bin auch guter Dinge, dass wir mit dem Stadterdepot dann bald einen fünfstelligen Betrag erreichen werden. Vom Marktwert her, es sei denn, es gibt einen Crash. Falls es einen Crash gibt, da haben wir noch ein bisschen Geld in der Hinterhand. Dann können wir nochmal den ein oder anderen Einmalkauf tätigen. Okay, danke fürs Zuschauen. Bin ein bisschen abgeschweift. Ich hoffe, das war nicht so langweilig. Bis zum nächsten Mal. Ciao.